Ich habe mich verlaufen. Hilfe, es regnet. Jetzt kommt auch noch ein Gewitter. Mama, ich werde auch immer mein Arbeitszimmer aufräumen. Hilfe! Ich bin schon pitschenass und ich friere. Ist das kalt. Hört mich denn hier keiner? Das ist ein Wolf. Großmutter, pass auf. Oh nein, jetzt kommt auch noch der Löwe. Hilfe! Oh Gott, der will mich fressen. Nora, aufstehen, frühstücken. Gott sei Dank, es war nur ein Traum.